Zweite Drittel nochmal analysieren, Sepp kurz davor eigentlich den Ausgleichstreffen zu machen, hast du mit deinem Tor, sage ich mal, den 3-Tore-Regeln in 1,35 Jahren eingeleitet. Ja, da steht schon vom Jakob, wir wissen, dass der Deske ein bisschen weiter draußen steht. Ich habe einfach geschossen, ja, alleine jetzt habe ich den Flash in der Mitte gesehen, der Verteidiger hat gut die Mitte zugemacht, aber ja, ist halt eingegangen. Jetzt hat Sepp 28 Sekunden vor Drittelende den 1-4 erzielt, der ist noch nicht durch, das Ding, oder? Nein, das darf von sich passieren, vor allem eine Minute vor Schluss, da muss man die Scheibe tief bringen, wenn man versucht, einen Querpass, der wird abgefangen und gegen hinten das Tor, aber wir müssen jetzt im dritten Drittel aufpassen, die Stellen über einen hoch, müssen wir halt gut abfangen und vorne einfach die Dinger da reinmachen. Also die Marschut jetzt für die letzten 20 Minuten nochmal Vollgas aufs Tor? Zuerst hinten defensiv gut stehen und was da vorne kommt, dann sehen wir, aber hinten ein Holmier-Held von keinem Gegenzug bekommen. Alles klar, Konzi, vielen Dank. Dann gehen wir nochmal ab in die Werbung und sind dann zum letzten Drittel mit Marco und Jonas wieder zurück.